Bei den Reimanns kommt Bewegung in die Umzugspläne. Nun scheint es konkrete Hinweise für einen Abschied von ihrem geliebten Hawaii zu geben. Ende vergangenen Jahres schockten Manu und Conny Reimann ihre Fans bei der Sabeltour mit einer Ankündigung, ein Umzug könnte unmittelbar bevorstehen. Punkt Schon damals deutete Conny an, dass das Paar ihr neues Zuhause womöglich gefunden haben könnte, wo, das blieb lange ein Geheimnis. Punkt Die Reimanns, neues Leben auf den Fidji-Inseln? Doch in den neuen Folgen von Willkommen bei den Reimanns, die im Frühjahr zu sehen waren, wurde dann endlich die Frage aller Fragen beantwortet, wo zieht es die stets rastlosen TV-Stars als nächstes hin? Tatsächlich haben sich die Auswanderer in die Fidji-Inseln verliebt, wo sie kürzlich ihren Hochzeitstag feierten. Punkt Und weil die Reimanns einfach nicht allzu lange am selben Ort bleiben können, beauftragten die beiden einen Makler, der ihnen gleich mehrere beeindruckende Immobilien vorstellte. Nur ein Haus konnte die anspruchsvollen Auswanderer aber so richtig überzeugen, ein 275.000 Quadratmeter großes Gelände direkt am Meer mit einem 500 Meter langen Strandabschnitt. Punkt Eine definitive Zusage gab es noch nicht, doch das Leuchten in Connys Augen war für die Zuschauer, ihnen nicht zu übersehen. Nun rätseln die Fans, verabschieden sich die Reimanns wirklich von ihrem Beach-Haus auf Hawaii oder gibt es doch noch eine Rolle rückwärts? Zuletzt hatte ein Foto einen Hinweis darauf gegeben, dass Conny und Manu womöglich schon in ihrem neuen Domizil drehen. Und nun wird es noch konkreter. Ist das die Bestätigung für den Abschied von ihrem Beach-Haus? Anlass für diese Vermutung ist eine Beobachtung, die ein Fan bei Instagram gemacht haben will. Punkt Manu meldet sich in ihrem aktuellen Post aus dem Beach-Haus in Hawaii, doch nicht mehr lange, wenn die Gerüchte stimmen. Punkt Eine Followern behauptet da nämlich, das Beach-Haus war gestern bei Heidi in der Instagram-Story als baldiger Verkauf angekündigt. Bei der angesprochenen Frau handelt es sich um Heidi Berdutschi, eine Maklerin, die den Reimanns den Traum vom Strandhaus auf Hawaii erfüllt und auch Conny Island vermittelt hat. Punkt Heidi hatte gestern in ihrer Instagram-Story eine Vorankündigung, dass das Beach-Haus wohl bald zum Verkauf steht coming soon, behauptet die Userin. In der Story der Maklerin ist die angebliche Ankündigung nicht mehr zu finden. Aber unwahrscheinlich wäre ein Abschied von Hawaii zumindest nicht. Denn im Interview mit TV Movie Online erklärte Conny 2023, viele Menschen sagen, das, was wir jetzt haben, ist das Paradies. Aber wir haben uns ein Paradies im Paradies geschaffen. Aber wenn am Ende alles fertig ist, dann bricht man wieder auf und guckt nach was Neuem und sucht neue Herausforderungen. Aber wir haben uns ein Paradies im 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 Vielen Dank.